Bei Exit-Interviews kannst du entweder alle Fehler selbst machen oder du berücksichtigst die sieben Fehler aus diesem Video und führst damit Austritt- oder Exit-Gespräche, die euer Unternehmen voranbringen. Hallo, ich bin Axel Rittershaus, dein Führungskräfte-Coach hier auf YouTube. Weitere Videos zum Thema Exit- oder Austrittsgespräche und ein Leitfaden mit Checkliste sowie Hintergründe dazu, warum Exit-Interviews wichtig sind, die findest du hier ebenfalls auf YouTube. Heute geht es um die Fehler, die du vermeiden musst. Erster Fehler, Gespräch wird durch Führungskraft geführt. Wir wissen nie, warum eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter kündigt. Aber es gibt schon eine gewisse Häufung von Gründen, die etwas mit der Führungskraft zu tun haben. Deswegen darf niemals, niemals das Exit-Gespräch durch die Führungskraft geführt werden, die die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte des ausscheidenden Mitarbeitenden ist. Oder in dem Fall dann war. Denn dadurch würde das gesamte Bild verfälscht werden. Es könnte sein, dass die Mitarbeiterin vielleicht eher noch positiv berichtet, obwohl eigentlich die Führungskraft Fehler gemacht hat. Oder aber es wird emotional von dem Mitarbeiter dann gegenüber der Führungskraft argumentiert. Und wenn jemand anders das Gespräch geführt hätte, dann wäre das etwas objektiver gewesen. Was auch immer passieren kann, ist ein absolutes No-Go. Deswegen, das Gespräch, das Exit-Gespräch darf niemals durch die Führungskraft geführt werden, die den ausscheidenden Mitarbeiter geführt hatte. Fehler Nummer zwei, Gespräch wird am Tag der Kündigung geführt. Ich weiß nicht, ob dir selber schon mal gekündigt wurde. Aber was wir in aller Regel beobachten können, ist, dass der oder die Gekündigte in dem Moment, in dem die Kündigungsnachricht überbracht wurde, doch eher in einem Schockzustand ist. Wenn du dann den Mitarbeitenden fragst nach, was weiß ich, den letzten sechs Monaten oder sechs Jahren, dann kannst du davon ausgehen, dass du ein stark emotional geprägtes Bild und eine emotional geprägte Antwort bekommst. Und dann ist das Exit-Interview nicht die Zeit wert, die ihr dort investiert. Deswegen darf das Exit-Gespräch nicht am Tag der Kündigung geführt werden. Wann genau du das Exit-Gespräch führen solltest, das findest du in dem Leitfaden, den ich hier ebenfalls als Video veröffentlicht habe. Fehler Nummer drei bei Exit-Gesprächen. Der Mitarbeitende wird nach seiner Mitschuld an der Kündigung gefragt. Stell dir das vor. Stell dir vor, du verlässt dein Unternehmen, dann sitzt du im Exit-Interview und dann sagt jemand, so, was ist denn deine Mitschuld daran, dass du hast kündigen müssen? Oder was sind deine Verfehlungen, warum es nicht geklappt hat? Glaubst du, du wirst da eine gute Antwort bekommen? Wenn du beispielsweise dann fragst, was eben tatsächlich alles passiert ist und nachdem das alles erzählt wurde, wenn du dann sagst, was denn die Mitarbeiterin vielleicht auch hätte anders machen können, vielleicht wenn auf sie gehört worden wäre, dann ist das was anderes. Aber wenn du aktiv direkt fragst, okay, welche Mitschuld, inwieweit warst du daran beteiligt, dass es nicht geklappt hat, dann wirst du keine guten Antworten bekommen, weil das automatisch die Leute einerseits in die Rechtfertigung reinbringt und auf der anderen Seite noch viel eher dann auch in eine aggressive Abwehrhaltung. Und das willst du nicht. Du willst ja aus einem Exit-Interview handhabbare, möglichst objektive Kriterien und Argumente rausfinden und raus sieben, mit denen ihr als Unternehmen danach weitermachen könnt und die euch tatsächlich auch etwas bringen. Wenn dir das Video bislang was bringt, dann drück doch jetzt auf den Daumen nach oben, Knopf. Fehler Nummer vier in Austrittsgesprächen. Kritik des Mitarbeitenden wird weg argumentiert und ignoriert. Es macht überhaupt keinen Sinn, ein Exit-Gespräch zu führen, wenn wir uns dann die Kritik nicht anhören oder sie einfach ignorieren oder abtun. Exit-Interview zu führen heißt, einfach zuhören. Es geht nicht darum, Dinge anders richtig oder sonst wie zu stellen. Es geht darum, so viel Information wie möglich zu bekommen und was auch immer jemand sagt, nimm es erstmal auf, wenn du die Person wärst, die dann tatsächlich auch das Exit-Interview führt. Denn wenn wir anfangen zu argumentieren, dann sorgt das dafür, dass unser Gegenüber uns nicht mehr alles erzählt, weil er dann denkt, okay, die wollen sowieso nicht meine wahre Meinung hören, meine ehrliche Meinung hören, dann brauche ich sie auch nicht erzählen. Deswegen, was auch immer vorgebracht wird, höre es dir an, notiere es, du brauchst da nichts zu zu sagen. Wie gesagt, ein Exit-Interview steht nicht dafür da, dass man dann Dinge richtig rückt, was auch immer richtig sein mag. Sonst geht darum, Informationen zu sammeln. Wenn du selbst Führungskraft bist oder im Personalbereich arbeitest und für die Entwicklung neuer Führungskräfte zuständig bist, dann willst du sicherlich, dass nur sehr wenige Mitarbeitende kündigen bei deinen Führungskräften. Sondern du willst, dass die Mitarbeitenden bleiben, weil sie exzellent geführt werden. Die Grundlagen für eine solche Führung legt unser einzigartiges Bootcamp für Führungskräfte, das auf Deutsch und Englisch verfügbar ist. Ich habe es hier für dich verlinkt. Fehler Nummer 5 im Exit-Gespräch. Gespräch wird durch Rechtsanwältin geführt. Das ist super, oder? Stell dir vor, du verlässt das Unternehmen, kommst zum Exit-Gespräch und dir sitzt eine Juristin gegenüber. Naja, wie offen wirst du da reden? Du wirst wahrscheinlich, also ich würde in dem Fall wahrscheinlich gar nichts sagen. Weil das sich so ein bisschen anfühlt, als wenn unser Gegenüber versucht, aus dem Gespräch noch irgendwas rauszuziehen, um selber für sich daraus einen Vorteil zu holen. Weil warum setzt man sonst einen Rechtsanwalt mir gegenüber? Vor allem, wenn ich dann keinen Anwalt oder Anwältin neben mir habe. Es ist ja kein Gerichtsprozess und es ist auch keine Vernehmung bei der Polizei. So darf es sich auch nicht anfühlen. Und deswegen darf auf keinen Fall jemand aus der Rechtsabteilung dieses Exit-Gespräch führen. Falls ihr denkt, oh, also das ist so eine diffizile Situation mit der Person, da muss ein Anwalt dieses Exit-Gespräch führen, dann ist es kein Exit-Gespräch. Denn da geht es nicht darum, irgendwas vielleicht sogar rechtlich Verwertbares rauszufinden, sondern Exit-Gespräch geht darum, Feedback zu sammeln, was das Unternehmen in Zukunft besser machen kann. Fehler Nummer 6. Das Zeugnis wird erst nach dem Gespräch ausgestellt. Das ist auch ein fieser Trick, aber ein riesiger Fehler. Du wirst in einem Exit-Gespräch, kannst du nur ehrliche Antworten bekommen, wenn auch das Zeugnis bereits ausgestellt wurde. Ansonsten wird ein Großteil der Mitarbeitenden sich extrem zurückhalten mit Kritik. Denn in dem Moment, in dem ich dann Kritik äußere als Mitarbeitender und weiß, es wird mein Zeugnis erst danach ausgestellt, ja, ich habe ja nichts mehr in der Hand. Und wenn dann meine Kritik genutzt wird, um mein Zeugnis noch schlechter zu machen, dann habe ich ein Riesenproblem. Wenn du willst, dass die Leute ehrlich sind, dann müssen die vorher ihr Zeugnis bekommen und dann in das Gespräch gehen und eben wissen, mir kann jetzt nichts mehr passieren, ich kann ruhig ehrlich sein. Ich habe keine Angst davor, dass die Leute einfach irgendeinen Schwachsinn dann austeilen oder sowas. Das passiert in aller Regel nicht. In den meisten Fällen sind die Menschen dann schon einigermaßen offen und ehrlich in dem, was sie zurückgeben. Ist vielleicht emotional geprägt, ja, so wie TripAdvisor-Bewertungen auch, aber es ist wichtig, eben eine ehrliche Antwort zu kriegen. Nun kriege ich nur, wenn wir als Arbeitgeber nicht noch immer irgendeinen Hebel in der Hand haben und es wäre so, wenn das Zeugnis eben erst nach dem Gespräch ausgestellt würde. Und Fehler Nummer sieben. Erkenntnisse der Gespräche führen zu keinen Konsequenzen. Wenn Exit-Interviews geführt werden, dann werden die ja nicht nur mit der einen Person geführt, die jetzt geht, sondern diese Person wird mitbekommen haben, wenn sie nicht erst vier Wochen im Unternehmen ist und in den letzten Jahren nie jemand gegangen ist, sondern die Person wird mitbekommen haben, dass solche Gespräche ab und zu stattfinden. Und vor allem wird sie mitbekommen, wenn sich danach etwas verändert. Weißt du, es ist genau das Gleiche wie mit Mitarbeiterbefragungen. Wenn Mitarbeiterumfragen, Mitarbeiterbefragungen gemacht werden und es gibt danach keine Veränderungen, weil es gibt immer Dinge, die verbessert werden können, dann wissen die Mitarbeitenden spätestens nach der zweiten Umfrage, dass das Ganze eine Farce ist und völlig sinnlos. Deswegen ist es so wichtig, dass Mitarbeiterbefragungen dann auch zu Ergebnissen führen, die kommuniziert werden, die dann auch zu Konsequenzen führen, zu Veränderungen führen. Und so muss es auch bei Exit-Interviews sein, dass man eben daraus bestimmte Schlüsse zieht, die je nachdem, worum es geht, auch kommuniziert, aber auch erkennbar ist, was denn das Unternehmen daraus lernt. Und das gilt ganz besonders in Fällen, in denen wir toxische Führungskräfte haben, bei denen viele Leute gehen. Wenn das Unternehmen nicht konsequent gegenüber dieser toxischen Führungskraft ist, dann wird ein Mitarbeiter, und jetzt sind wir wieder beim Exit-Interview, in seinem Exit-Interview kaum alles erzählen, was derjenige erzählen könnte, weil er gelernt hat, pass auf, da gibt es eine toxische Führungskraft, da rennen die Leute scharenweise davon, es gibt Exit-Interviews, es passiert aber nichts. Ja, warum soll ich mir die Mühe machen und hier jetzt alles erzählen, was ich auch an positiver Intention dem Unternehmen als Feedback geben könnte, wenn die bei so einer toxischen Führungskraft nicht handeln? Deswegen müssen wir immer das gesamte Bild betrachten. Und toll durchgeführte Exit-Interviews, mit einem super Prozess, mit super ausgebildeten Interviewpartnerinnen, das ist alles toll. Aber wenn danach nicht auch etwas damit angefangen wird und passiert, dann können wir es sein lassen. Dann könnt ihr die Ausbildung sparen, könnt ihr die Exit-Interview-Leitfäden sparen, dann könnt ihr das Auswerten der Ergebnisse sparen. Das ist alles unnötig, wenn wir nicht danach Konsequenzen ziehen. Konsequent wäre es zu sagen, dir hat das Video gefallen, wenn ja, dann abonniere doch bitte den Kanal für weitere Videos von mir, gib ein Video einen Daumen nach oben und schau dir dieses Video an mit dem Leitfaden zu Exit-Gesprächen und denk immer dran, Glück ist ein Talent. Das ist ein Talent. Das ist ein Talent.